Hallo und Willkommen! Heute gibt es ein weiteres Ambers Tutorial von mir. Beim letzten Mal haben wir uns ja bereits mit dem Downstone Anvil befasst und diesmal machen wir damit weiter, denn es gibt dazu noch einen Automatic Hammer. Dieser Automatic Hammer wird eben für Leute wie mich gerade gut, denn ich bin ein Mensch der gerne automatisiert und eben Dinge nicht gerne per Hand machen möchte. Und aus diesem Grund zeige ich euch das ganze mal. Ist allerdings schwerer als man erwartet. So, zuerst mal baue ich den hier mal auf und nun zu dem Automatic Hammer. Der benötigt Redstone und Hammer. Das heißt, hier nehmen wir einfach einen Redstone Block und nehmen dann hier einen Hammer, um da gleich Energie zuzuführen. Dafür natürlich den Receiver. Okay, so dann stellen wir das ganze auf. Ganz wichtig, der muss so doof dran stehen, dass er in der Luft hängt. Aber das ist okay, da kann man ja einfach hier Redstone Block oder so hinstellen, weiß ich nicht. Ähm, soweit dazu. Jetzt ist er zumindest per Redstone angeschalten. Um das ganze jetzt zu verbinden, muss hier irgendwo der Rezeptor hin und die Energie muss übertragen werden. Dafür nehmen wir immer die Verbindung mit dem Hammer. Und ihr seht schon, die Energie kommt drauf. Um das ganze nochmal zu zeigen. Hier, wir haben nun, naja, Amber Energie dran. So, nun das nächste. Die Items, die müssen ja natürlich auch reingezogen werden und wieder rausgezogen werden. Dafür können wir erstmal ganz simpel die Item Pipes nutzen. Und eine Kiste. Stellen wir mal so hin. Extractor, Pipe, ähm, Schalter hier hin. So, und jetzt werden die Items da reingezogen. Aber die Items, die hier verarbeitet werden, die müssen natürlich auch irgendwo rauskommen. Die werden nicht direkt mit dem Kabel rausgezogen. Die kommen, wie bereits in einem älteren Video, in das Universal Bin. Und das Universale. Und da wird es rausgezogen. Das heißt, wir nehmen hier nochmal einen Extractor. Nehmen hier, hier so, eine Pipe. Wir wollen am besten keinen regen. Äh, so. Okay, machen wir weiter. Jetzt werden die Items auf jeden Fall hin und her transportiert. Aber das Wichtigste fehlt bisher. Ach, ganz wichtig. Der Scheiter. So. Jetzt werden die Items transportiert, aber das Wichtigste fehlt die Waffen. Denn irgendwo müssen die ja auch da sein. Da können wir beispielsweise übrigens Gold transportieren natürlich noch. Oder Goldhammer, wie auch immer. Aber wir machen das Ganze jetzt raus. Und holen uns ganz, ganz viele Holzexte. Äh, Goldexte. So. Wir können da auch gerne mal was anderes dazu packen. Stein, Diamant. Probieren wir noch Eisen. So. Und das Ganze wird jetzt hier reingeworfen. Okay, die Idee war nicht ganz so clever. Denn jetzt aktuell sind da zu viele Items drin. Na gut. Mein Fehler. Es muss erstmal automatisiert werden, sodass eben nur eins in Items reinkommen. Dafür gibt es aber genug Möglichkeiten. Beispielsweise Kisten, die nur einen Block groß sind. Aber wie ihr seht, wenn wir die jetzt beispielsweise rechts klicken und reinpacken, dann werden die verarbeitet. Und landen am Ende hier drin. Also soweit funktioniert alles. Und, ähm, ja. Kann ich jedem weiterempfehlen. Das Ganze würde aber, wie ich schon vorhin sagte, leichter funktionieren, wenn wir ein Item, beispielsweise eine Axt, und danach direkt das zu reparierende Item reinpacken. Also Gold. Denn dann kann es sich nicht mehr überlappen. Denn dieses Item hat die Schwäche, dass maximal, oder, es können zwei Items reingepackt werden. Und das ist in dem Fall zu schnell passiert. Lässt sich entweder mit einem, ähm, Timer verhindern. Oder eben, indem ihr das Item, äh, das nur zum Reparieren nutzt. Okay, das soweit zu dem Automatic Hammer. Ein, doch sehr interessantes Tool. Ich persönlich finde das ein bisschen eigenartig. Aber, das ist schon in Ordnung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis dann. Dir hat das Video gefallen? Dann lass gerne ein Abo da. Du interessierst dich für Let's Plays jeglicher Art? Dann schau doch mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Ansonsten findest du hier weitere Videos, die dir gefallen könnten. Dann schau doch mal auf meinem Zweitkanal zurück. Untertitelung des ZDF, 2020